Mein Name ist Christian Kalpin, ich bin 43 und Gründer und Geschäftsführer der Firma Sonnmax. Wir sind spezialisiert auf die Maßanfertigung von Seilsparmarkisen, Balkonsichtschutz, Autopolster und Sonnensegel. Wichtig ist mir, dass wir hochqualitative Produkte anbieten, ein gutes Teamwork haben und darüber hinaus flache Hierarchien und eine sehr familiäre Atmosphäre pflegen. Hallo, ich bin Kalin und ich bin Produktionleiter hier bei Sonnmax. Wir legen großen Wert auf Kundenzufriedenheit, dass wir individuelle Kundenwünsche immer realisieren und ein hohes Kulanzverhalten an erster Stelle steht. Ich bin Marion, ich arbeite hier bei Sonnmax in der Produktion. Das Besondere bei Sonnmax ist, dass wir mit innovativen Maschinen arbeiten und in unserem eigenen Lager die Prozesse so optimiert haben, dass wir den Kunden schnell beliefern können. Hier beginnt jeder Tag mit einem Sonnenschein. Unsere Arbeit ist unsere Leidenschaft. Made in Germany. Untertitelung des ZDF für funk, 2017